Ja, hier Frank Stornburg von Next Practice. Ich glaube, ich gebe mir das Ganze ohne Schwarz zu machen. Das geht doch keinem, muss noch was zeigen. Ich habe einen Vorteil, denn Sie benutzen es ja morgen. Also von daher können Sie es sehen, der Werk und der Teil Netzwerkdynamik, die dabei entsteht, ist sowieso ein bisschen schwierig zu zeigen. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn man anderen davon begeistern will, was man an der Ecke tut. Das Ganze ist mal entstanden schon vor ungefähr 12, 13 Jahren, Jahr 2000. Da hat uns die Vetro AG gefragt, wie kann man eigentlich mit 500 Menschen zusammen denken? Und da war so die Vorstellung, dass die Leute anfangen, alle Käptchen zu schreiben, war eine etwas kuriose Vorstellung. Da haben wir gesagt, wir müssen jetzt Metaplanen, müssen wir irgendwie auf den Rechner machen. Ich bin von Hausse Traumatiker, Sie hatten das vorhin gehört. Die denken jetzt mal in diesen Kategorien, wie kann ich das übertragen und wie auf die Technik. Man hat einen Vorteil dabei, man kann vernünftig lesen, was da steht an der Ecke und man hat ein bisschen mehr Platz zum Schreiben. Wir haben uns überlegt, man muss sich den jetzt zweimal hinschreiben, sondern wenn da das schon steht, was andere geschrieben haben, kann ich ja einfach meine Stimme dazugeben. Das war sozusagen der Teil, wir haben gesagt, wir machen Metaplan auf dem Rechner und merken dann, es passiert eigentlich was ganz anderes. Wenn man an solche Prozesse denkt, dabei ist ja nicht die Aktion, dass man Dinge aufschreibt oder das, was nicht auf dem Flip schreibt ist, was der wichtige Prozess ist, sondern der Abstimmprozess dazwischen. Das heißt also, da haben wir festgestellt, wann immer wir Menschen, und wir sind sehr stark in kulturellen Fragen unterwegs, ist dieser Teil, wann kann ich eigentlich Menschen einbinden in Prozesse hinein, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wir haben am Anfang gehört, dass immer die Frage ist, wann gehört mir etwas wirklich. Und dann Menschen beim Befindungsprozess dabei sind, ist es immer eine Sache, die an der Ecke sehr hilfreich sind. Von daher sind wir immer mit sehr großen Gruppen unterwegs, also gerne, dass wir ganze Fügungsmannschaften oder so etwas haben, und gerne, wenn es darum geht, sich eigentlich ein Stück für die Zukunft zu erfinden. Und wir sind immer ein bisschen in der Intervention unterwegs und sagen, wie kann man eigentlich sozusagen innerhalb eines Prozesses Menschen dazu bringen, sich in Dinge einzudecken und ein bisschen ihr Herzblut hineinzubringen, weil das ist der Teil, der dann den aller, wenn man so will, den größten Effekt hinterher bei der ganzen Geschichte hat. Von daher, rein technisch ist es gar nicht so schwierig, man kann Ideen eingeben, diese Ideen stehen sofort im gesamten Netzwerk zur Verfügung. Sie sind anonym, das heißt, ich weiß nicht, mit wem ich eigentlich gerade rede. Wir haben also gemerkt, wir haben eigentlich eine Möglichkeit geschaffen, Diskurse wirklich in sehr, sehr großen Gruppen zeitgleich zu machen. Und da war eben halt nicht zu wissen, mit wem man an der Ecke gerade redet. Und da entspinnen sich manchmal eben halt wirklich kreative Gedanken oder es entstehen Geschichten dabei, die für Menschen sehr, 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 die Menschen sehr, sehr stark verbinden dabei. Also von daher, das ist immer ein Teil, den wir an der Ecke gerne tun, um mit Menschen, wenn man so will, gemeinsam denken, wenn es um neue Sachen geht, dabei, wenn wir es können, gehen wir gerne dabei, weil es sind interaktive Prozesse, dass man sagt, okay, man kann ja auch hingehen und kann sagen, man verdichtet diese Sachen nochmal, dass man sozusagen nochmal raufguckt, was denn eigentlich, wo lenkt ein Unternehmen eigentlich nach? Und wenn man dann hingeht und sagt, jetzt konkretieren wir mal, machen da Projekte draus, machen da Maßnahmen draus oder auch Geschäftsmodelle, wo soll sich etwas weiterentwickeln, gehen wir das wieder in die Iteration hinein, lassen wieder andere bewerten, kommentieren, ist der Effekt, den wir festgestellt haben, dass gar nicht mal die Lösung immer unbedingt das ist, was am Ende anders ist, sondern letztendlich das Beilen der Menschen. Wir kennen Situationen, wo die Leute gesagt haben, also bitte keine Projekte oder so etwas. Die haben so viele Projekte, unsere Mitarbeiter- und Führungskräfte, wenn man denen jetzt noch was irgendwie obendrauf packt, die machen das nicht mit. Und da habe ich gesagt, wir machen nur Lösungen, Lösungen hatten wir ein bisschen was Unbedrohliches erstmal, wir erfinden halt Lösungen. Und zum Schluss haben wir dann mal gefragt, wer hat denn Lust, es ist immer schade, wenn das, was hier entwickelt wurde, bleibt dann irgendwo hängen und keiner kümmert sich drum, wer hat denn Lust, das auch danach nochmal ein bisschen weiterzutreiben. 80 Leute im Raum, 21 Eintragungen, die haben sich mehrfach eingetragen und haben diese Dinge wirklich genommen und am Ende auch weitergemacht. Es hat mal jemand gesagt, im ersten Moment habe ich gedacht, naja, okay, das ist das, was immer bei Workshops und wo rauskommt, das ist ja gar nicht groß unterschiedlich. Und dann kommt der nächste, der wieder sagt, doppelt so viele Leute, ich bin mit doppelt so vielen Leuten. Und ich sage, oh, das ist jetzt sowas komisch. Das war nicht so anders eigentlich, ja. Anders waren alle diese Dinge, waren da von kürzer Zeit umgesetzt. Weil es gehörte diesen Menschen und sie hängen wirklich da drin. Also manchmal erfinden die etwas, was sehr ähnlich ist zu dem, was man vielleicht schon im Kopf hat. Und ich habe auch mal ein Vorstand gefragt, was ist denn, wenn die jetzt was erfinden, was sie eigentlich machen wollten? Und alle sagen, Daumen runter. Das sind ja meistens immer die Fragen, wenn kurioserweise gar nicht von den Assistenten unten drunter, weil die Vorstande, der sagte zu mir, naja, aber wir können doch nichts gegen die Mannschaft machen. Er wird überzeugen, wir sind sicherlich, wir lassen das. Wenn wir versuchen, das durchzusetzen, werden die uns zeigen, dass das nicht geht, wenn sie der Meinung sind, dass das nicht funktioniert. Manchmal, wie gesagt, hat man den Eindruck, dass es da eben dazwischen gibt, die immer ihre Top-Führungskräfte schützen wollen von Informationen, die sie vielleicht nicht mögen. Also von daher die Frage, oh, was kann denn da rauskommen, wenn die alle frei denken dabei, ist immer eine Frage, wo wir sagen, naja, die Antworten sind immer intelligent. Manchmal ist es sogar so, dass man in eigenen Situationen, wo man sagt, stecht man nicht jetzt gerade in den Westen jetzt. Man hört auf den Fluren so viel, dass die Leute überhaupt nicht begeistert von dem, was passiert. Und man merkt hinterher, es sind einige, die immer für andere behaupten, für alle zu reden. Wenn sie dann reingehen, sind die Menschen dermaßen konstruktiv mit den Lösungen, die sie dabei bringen und erzählen eigentlich nur Dinge, was muss alles gemacht werden, damit es funktioniert. Also von daher sind sie sehr, sehr stark dabei. Und ich glaube, dass die Bereitschaft auch auf den oberen Führungseelen immer größer wird, weil einmal eben halt, man braucht die Menschen unten drunter. Die Geschwindigkeit ist dermaßen hoch geworden eigentlich in den Unternehmen, wie sie sich verändern müssen. Wenn man dann versucht, das alles über die Hierarchie zu machen und immer geht auf dem Stück um was verloren, glaube ich, keine Chance mehr dabei. Und von daher, wenn man so will, die Hierarchie mal für einen Moment aufzuklappen und zu sagen, wir betrachten das Ganze als Netzwerk und je größer, desto besser, ist einfach, glaube ich, nur clever. Wobei man immer sagen muss, das ist niemals basisdemokratisch. Es geht dabei niemals um Entscheidungen. Entscheidungen sind meiner Meinung nach immer Dinge, die in der Hierarchie bleiben müssen. Aber die Anregung, wenn Entscheidungen dann immer sozusagen auf Basisend gleich eins, weil irgendjemand meint, er wüsste doch, wie es geht, ist der Teil, der, glaube ich, absolut nicht mehr Zeitgegnügen ist. Also von daher Einbindung auf der einen Seite, aber sich auch wirklich die Informationen holen, was geht eigentlich in der Organisation, weil die Dinge gehen dann nämlich wirklich bei der ganzen Geschichte. So merke ich eben halt, man nutzt das immer mehr als Feedback-Instrument. Und ich glaube, viele sagen dann, naja, an ihm, die Menschen müssen noch dazu stehen, was sie sagen an der Ecke. Aber ich kenne Organisationen, die kommen in so eine kuriose Situation rein. Menschen äußern sich einfach nicht, weil sie sagen, ich bin noch nicht derjenige, der in der einen Ohrenkräfer eine komische Meinung hat. Und Führungskräfte sitzen da und sagen, die erfahren nichts von unseren Mitarbeitern. Und die gucken dann drauf und die Mitarbeiter fangen dann, weil sie ein bisschen den Schutz der Anonymität haben dabei, aber dadurch, dass sich das ja immer auf die Resonanz geht. Wenn alle sagen, wir haben ein Problem, dann ist es ein Problem. Wenn Einzelner sagen, fällt es einfach schlichtweg durchs Rost. Und wenn man dann merkt, dass Führungskräfte sich da drauf stürzen, dann endlich kriegen wir es mal mit an der Ecke. Glaube ich, dass das sogar, obwohl es nur eine Intervention ist, auch ein Eisbrecher sein kann. Wenn man merkt, wie die eigentlich damit umgehen und wie sehr die auch auf die ganzen Geschichten eingehen, kann das etwas sein, was auch tatsächlich dann ein Stück weit Kulturveränderung ist, dass Menschen sich auch dann viel freier äußern zu gewissen Dingen. Also wie gesagt, gar nicht immer so sehr in dem Innovationsteil, sondern sehr stark auch Feedback-Situationen, wo man einfach guckt, auch Veranstaltungen, wo dann Top-Management, wo darstellen, sagt, wir geben jetzt mal die Strategie bekannt. Und auch wenn es dann so, sie kriegen von den Fluren zurück, was die Erzählung, wie gut es ist. Das Feedback sofort zu haben, sofort darauf reagieren zu können, um zu wissen, was geht Menschen da nicht im Kopf herum, ist etwas, wie wir das Werkzeug letztendlich nutzen. Und das sind Größenordnung, die größte Veranstaltung waren 2.000, die wir dann sozusagen vor Ort gemacht haben, 2.000 Menschen im Netzwerk eingebunden. Das hatte früher immer noch den Charme, als wir angefangen sind, so viele Rechner dann dabei, das ist ja faszinierend, da rufen natürlich heute keine Rufen mit hervor. Wir gehen heute hin, machen diese Dinge mehr und mehr im Internet dabei, insbesondere zum Teil als Vorbereitung, aber immer wieder den Effekt der Gleichzeitigkeit. Ich glaube, diesen Teil, ich reagiere spontan auf das, was jemand anderes macht, ist ein sehr, sehr großer Faktor. Weil immer wir gesagt haben, sie haben eine Woche Zeit, da was reinzuschreiben, fangen wir dann mit und schreiben Konzepte, der Nächste sagt, naja, ist nicht verkehrt, ich schreibe auch meins auf. Diese Interaktion entsteht nur, wenn ich sofort mal Feedback bekomme zu den Geschichten. Also von daher haben wir gelernt, wenn, dann immer inszenieren, und zu sagen, dann treffen wir uns jetzt eben halt nicht mehr physisch, sondern virtuell und diskutieren gemeinsam und kriegen sofort die Aktion, und man merkt, wie Dinge eben halt wirklich dann auch entstehen, die eine sehr hohe Nachhaltigkeit haben und die man manchmal auch dann wieder benutzen kann, um sich dann zu treffen und so weiter auszuarbeiten, weil wenn man sozusagen gemeinsam dann aufsetzen will, ist es immer sehr sinnvoll, das dann auch wieder eine Woche zu tun. Wir werden es morgen ein bisschen erfahren, wie es funktioniert und in welcher Geschwindigkeit man da auch tatsächlich irgendwo zu einem Kontext kommt und einen Einigungsprozess vorantreibt. Das war es jetzt hier. Vielen Dank.